Dieser Videoclip zeigt die Änderungen im Schnitt, in der Ansicht und der Innenansicht, die infolge von Verknüpfen von Elementen mit Beschossen zustande kommen. Im Zusammenhang mit dem im Archicad 17 eingeführten neuen Verknüpfungsbefehl gibt es einige Änderungen in den Einstellungsdialogen von Schnitt, Ansicht und Innenansicht. Das Feld Aufgeschoss zeigen im Teilfenster Schnitt, Ansicht und Innenansicht allgemein des Einstellungsdialogs hat nicht mehr die Option Ursprung. Stattdessen ist das Geschoss, das zur Zeit der Erstellung des Schnitts, der Ansicht oder der Innenansicht in der Grund-Sicht-Ansicht aktiv ist, als eine Auswahloption standardmäßig verfügbar. Für dieses angezeigte Geschoss kann auch die neue Option Geschoss suchen erscheinen. Wenn Sie diese auswählen, öffnet sich ein neuer Dialog, in dem alle Geschosse aufgelistet sind. Hier können Sie das Geschoss auswählen, auf das Sie im Schnitt, in der Ansicht- bzw. Innenansichtslinie zeigen möchten. Danach wird auch dieses neu ausgewählte Geschoss in der Pop-up-Liste aufgelistet. Wenn für eine Ansicht bzw. einen Schnitt der vertikale Bereich begrenzt ausgewählt ist, ist die Option Ursprungsgeschoss im Pop-up der Referenzebene nicht mehr verfügbar. Stattdessen können Sie entweder das Standardgeschoss im Feld Aufgeschoss zeigen auswählen oder den Befehl Geschoss suchen verwenden, um ein Geschoss für die Abmessung des vertikalen Bereichs von der Unterseite bis zur Oberseite auszuwählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017